Yo! Ich hab direkt Bock auf Vanille-Eis, ne? Ich hab's von Steve-Küller, ich hab's von Steve-Küller, ich hab's von Steve-Küller! Uwe! Wenn Schoko besser! Sag mir, nicht Vanille-Eis magst du nicht! Oh, Vanille-Eis ist doch geil! Ja, was ist jetzt bei Pudding? Vanille-Pudding oder Schoko? Beides! Beides! Ist schon mal gut? Marc, richtig? Ja, gut! Ja, sowieso! Pudding ist nie verkehrt, gerne! Wollte grad sagen, Pudding ist doch nie verkehrt! Jetzt kommt aber die Fragen aller Fragen! Weißer oder schwarze Schokolade? Beides! Beides! Gar nix! Nutella mit oder ohne Butter? Mit Butter, definitiv! Mit! Ohne Nutella muss mit Butter! Boah! Boah, jetzt hör doch auf, ey! Schön fett Butter drauf und dann fett Nutella! So muss das sein! Ananas auf die Pizza oder nicht? Aber ich mag vom Discord! Nein! Doch! Ananas muss auf die Pizza! Und jetzt noch Eistee, Zitrone oder Pfirsich? Ja, ich muss grad sagen! Für sich! Gar nix von beiden! Eigentlich beides! Für sich! Für sich! Für sich! Oh, warte mal! Haben wir noch irgendwie so ne Grundsatzdiskussion? Ja, ja, hatten wir! Was war das noch? Bei der Bergisch? Hatten wir doch auch so ne Diskussion gehabt! Schnellsenkel! Uwe, drei Viertel oder Viertel vor? Viertel vor! Viertel vor! Ja, vier auch! Nein, ich hab schon mal so ne Frage! Wo kriegt man Eiweiß mit Zitroneneistee Geschmack? Ich kenn nur Pfirsich! Was? Was? Hä? Klingt ja echt normalen Eistee, alter, nee! Können wir das rausklippen oder geht das? Ja, können wir! Macht doch bei Flo keine Gedanken! Okay! Also er ist anders, sagst du ja? Ja, ist halt so! Er ist nicht nur anders! Hast du ein paar Meter nachher fällt 13? Jeder ist was Besonderes hier! Können wir mal machen? Dürf! Holger hat schon angenommen für uns! Das ist voll nett! Ne? Voll nett! Holger wird hier also Vorreiter, hab ich vernommen oder wie? Ich weiß zwar nicht wo die 13 ist, aber... Ein der 12! Guck mal, da seid ihr neben mir! Und über den 22! Zwei doofe einige, danke! Bin ich ja fast! Siehste? Astra, du schaffst das! Wir glauben nicht! Haben wir irgendeinen, der mit dem Pflügen schon fertig ist? Ja! Ich hab erst mal 5 Ballen! Ja, aber der hat ja auch Pflügen angenommen! Ich bin grad auch bei Nummer 5! Ich bin auch bei 7 oder ich! Was wird angezeigt im Multiplayer, wenn eine Mission fertig ist, ne? Ich hab die Mission angenommen, die am meisten Geld bringt! Ja, ja! Normalerweise müssten Michael und ich einfach über den Weg zusammen fahren! Lange Bahn! Tschüss! Ja, aber mein Flug ist viel viel schneller, viel viel schmäler als deiner! Aber wir müssten halt dann diese Mission in Uwe mit dem Fahrzeug abgeben, damit Uwe weitersehen kann! Ne, ne, ne! Es gibt doch keine weitere Seemission aktuell! Und die Frage, ob es welche geben wird durch die Bodentemperatur! Oder durch die Bodenbearbeitung vom Grubbunden und so! Ja! Danke, Micha! Sollen wir? Von mir aus! Also, wenn wir unsere Felder abgeben... Ich fahr runter und fahr dann hoch! Alles klar! Wenn wir jetzt die ganzen gegrubberten, geflügten Missionen abgeben, kommen auch Seemissionen wieder hinzu! Und wenn wir die nicht abgeben, dann bleibt der Feldstatus so und dann kommen auch keine Seemissionen! Ja! Vielleicht musst du auch erst drüber düngen, bevor du sehen kannst! Aber dafür brauchen wir alles Geld! Ja! Wir wollten das! Ja! Hier! Das kleinste Feld hat's geschafft! Und der ist auch noch stolz drauf! Mann! Wahnsinn! Ich glaube, das wird ein teures Projekt, ey! Ja! Glaube ich auch! Richtig teuer! Was musst du Feld 6 denn machen? Pflügel? Oppan! Bleib weg mit dem Scheiß! Als erster fertig ist, musst du zur Strafe eine Transportmission machen! Hast du gehört, ey? Wir haben keinen Frontlader! Auch die mache ich freiwillig! Und Holger hat mir schon eine Mission angenommen! Ich hätte ja jetzt gerne, gerne Transport gemacht! Na! Hörst du diesen Sarkasmus? Schlimm, oder? Hm! Na! Irgendwie, äh... Oh nee! Überall, wo man hinguckt, sieht man auch echt einen Schlepper von uns, ne? Oh, tolle Leute! Das sah gut aus! Schaut mal ganz gut aus, wenn du mal so rumguckst und auf jedem Feld bewegt sich irgendwas! Ja, ne? Das sah echt gut aus! Mit dem Verkehr noch an dazu? Ja! Richtig leben in der Bude! Das ist echt ein Gewusel, ey! Ich hab'n Zebrafeld! Oh! Der Paul wieder! 19 ist auch fertig! Juhu! Also, Feld 6 sieht ein bisschen komisch aus! Wer ist denn denn 19 gewesen? Hallo! Hallo! Ach, der Maik schon wieder! Ja, hallo! Ja, hallo! Ja, hallo! Grobe an, grobe an! Ab auf Feld 13 mit dir dann! Hier gibt's noch etliche grobe Missionen, ne? Es gibt noch etliche Flugmissionen! Könnt's alleine machen! Holger, nimm dir noch ein paar an! Nur keine Angst, uns wird nicht langweilig! Ich bin auch gleich fertig! Aber das... Naja, komm! Wo best'n rum, Holger? Ruft mal die Feuerwehr, hier auf der Straße gab's gerne... Oben noch der 2! Ach, der 2 der Oben noch der lieben Zeit! Ich hab' dann gleich die 4 angenommen, da kann ich oben bleiben bei mir! Das ist sauklipper! Und irgendwas blinkt auch, auch so ein kleines Feld! Der 25! Maik! 25? Entscheidet euch mal, soll ich jetzt die... Die ist neben Paul, die kann Paul noch mitmachen! Mal fertig machen! Ja, ich kann die 25 übernehmen, alles gut! Kann man auch abgeben, das wäre dann unsere erste Einnahme! 400 Euro oder so! Ja, dann wär' aber der Schlepper weg! Nein, das ist einer ohne Maschinen! Okay! Mach doch ganz am Ende, dann haben wir das große Wunder! Mach nur ich mich grade, was wir denn für'n Wunder bekommen? An Geldregen! Oh logisch, Uwe, das verstehen wir nicht! Ach so! Wir können aber deine Schuldenschulder töten! Kelle, so schwierig war der Satz nur auch nicht! Ja, Uwe ist manchmal begriffsstutzig! Ja, das ist, äh, vollkommen richtig zusammengefasst, ja! L2 ist fertig! Holger, du bist viel schneller als ich! Ja! Warum? Holle! Ja! Weil... Holle, Holle, Holle! Ich würde mal sagen, machst du vielleicht Feld 5 Flügen? Ne! Kannst du nicht? Ich hab'n Gruber! Ich hab'n Gruber! Ich hab'n Gruber! Ich hab'n Gruber! Deswegen hab' ich gefragt! Gruber, Mann! Du hast'n Gruber! Da hast'n nicht'n Flug? Ja, kennst'n Gruber nicht? Von der Hinterkaifeck? Gruber, Junge! Gruber! Wie funktioniert dein Flug? So, ich versteh'n das, ne? Jo! Läuft! Das ist der Insider! Richtig! Weil diese orangenen Punkte auf der Map wieder rumwuseln, ne? Das wär's auch geil! Das ist doch schön! Dieses Screenshot vom 22er, wo alle gemeint haben, so, oh, guck mal, was der Helfer alles kann! Das musst du als Ding machen, als, äh, Submail! Neuer Helfer im LS19 erstmal richtig schön geklickt beendet! Ja, das wird bisschen extrem! Wie lange muss ich noch? 85 Prozent! Bist du fertig bist! Also die 25 kann ich nicht machen! Oder bis ich fliege! Ich kann die 4 auch nicht machen! Wie? Kann nicht, es will nicht! Ich... Ich... Nö... Die 4 auch nicht zu... Das ist... Das ist, wenn zu viele, äh... Verträge gleichzeitig, äh, da sind, beziehungsweise angenommen wurden. Musst du kurz warten, beziehungsweise erst ein anderes Feld machen, die werden dann irgendwann freigeschaltet. Gehst du, da kennt sich einer aus! Das heißt jetzt, äh, unterstützen woanders! Genau! Oder nimmst du noch eine andere Mission an, die mit derselben Tätigkeit ist! Ich fahr zu 22! Hälfte Zoe! Yay! Ich hätte Pause! 14 ist fertig! Wer war da für 14? Erstmal fragen, wer war da? Hast du einen Flug hinten dran? Uwe! 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 Ich habe auch nur, weil ich dich gerade wegfahren sehe! Aber dann kannst du die Seemission ja eigentlich mit Traktor und allem drum und dran abgeben, weil... Unser erstes Geld! Yay! Naja, ich muss erst nochmal 128 Liter Saatgut wieder zurückbringen, ne? Na, also das ist ne Menge Geld, die ich uns da eingespart habe! Äh, wird auch nur meist bezahlt, danke! Stammst du jetzt den Flug und kommst zu uns! Rechts schon, oder? Gebt sie mal ab und schaut, ob wir die 5000 Euro wieder zurückzahlen können! Ja, können wir, das ist kein Problem! Also... Oh, äh, haben wir doch einen Flugunterwegs, der gerade ne stundet? Ja... Ich bin schon mit Flomarber zusammen zwei Felder! Also ich flüge mit meinem Monster-Moped hier die 12 noch weiter! So, hast du eigentlich auch den 950er, Axion? Haben wir genau dasselbe gespannen? Wie passt das aus, man? Ich lass nur einen 50er! Lotto sagt nichts mehr! Ja, ist nur einen 50er! Ich hab nur einen 40er! Ich hab nur einen 40er! Ich hab einen 950er! Haha! Hast du auch? Haha! Ich hab ein Deutz! Was? Ja, das wird mir jetzt auch leid tun! Ich fahre einen Valtra! Ich fahre einen Valtra! Weißt du was? Ich bin sogar stolz drauf, dass ich einen Deutz fahre! So, guckt euch das an, ne? Was ich an Geld verdient habe hier! Uwe, du bist die Beste! Uwe, Uwe, du bist die Beste! Hast du einen Kreditschirm zurückbezahlt? Ja, klar! Was würd ich denn? Was würd ich denn? Gülle oder Mist auf Feld 14 bringen? Geil! Nur, dass du keine Gülle oder Mist hast! Und deswegen... Nicht so geil! Wir fertig sind, Mike! Das ist richtig! Du dumm! Du dumm! Ich glaub den... Ich glaub den... Ich glaub ich weiß schon den Anfang für den Nächsten von ihr! Hättest es nicht gesagt, der hat es angenommen und erst dann gemerkt! Ne, ich hätte... Also tatsächlich kriegst du ne Miststreuer dazu, aber... Halt kein Mist, ne? Ohne Mist, ne? Aber halt kein Mist! Voll Mist! Ja, voll Mist! Also... Nicht voll Mist! Nein, nicht voll Mist! Aber Mist! Ist halt Kacke, ne? Ja! Echt Mist! Das wollen wir halt auch nicht, ne? Ist doch Scheiße, Mann! Roledo, ich komm zu dir, ne? Aber dafür musst du mit mir Feld 18, glaub ich, was machen! Ja, ist kein Problem! Perfekt! Ihr könnt dann gleich mal Feld 13 abgeben! Von einem Angebogen! Von Angebogen, ne? Jetzt, wo ich hier unten bin! Bis ich da wieder auf der 4 bin, das dauert! Warte, du kannst das Feld nicht machen! Es klappt auf jeder Map, hab ich so's Gefühl! Klappt es nicht, Paul? Ja, okay, Feld 26, ich kann ihn nicht bearbeiten! Schau dir das an! Schau dir das an! Du meinst 25! Ja, 25, ja! Paul, du bist auf die 25, ja! Ja, und was ist... Ist das Pflügen, oder was? Garsten, geh mal Feld 13 ab! 25 ist grob und... Ja, kann ich aber nicht machen! Ja, das hatte ich gerade auch! Wo kommt der hin, Lars? Ja, die muss ja abgegeben werden, die 13 jetzt! Warte, ich geb die 13 ab! 26 kann ich machen! Nee, Geld! Wo gehen wir hin? Geben wir auf die einen... Ne, warte mal! Hm... Also die 4 ist aktiv für Grubborn und 25! 25 kann abgegeben werden, weil die nicht funktioniert! Noch nicht! Also wohin, Astra? 25 oder wie? Äh, versucht ihr das mal! Vielleicht klatschen wir bei euch! Ja! Wir sind Profis, vor uns klappt das! Aha! Rudi muss los! Ja, warte, ich komme! Oh, werden wir noch 5-stellig heute! Ich glaub' er ja nicht! Grüße, Lotte! Die 2 kann abgegeben werden! Oh, Lotte fett im Steuer! Nice! Die 2 hat mein Fahrzeug! Ne, warte! Komischerweise steht bei den Resultaten nirgendwo Mietkosten dabei! Ne, fett bei mir auch nicht, obwohl ich den Schlepper hatte! Genau, die werden trotzdem abgezogen! Paul hat ihn selber aufgelassen! Ciao, Paul! Ciao, Paul! Ah, es ist halb 11! Ach so! Schönen Abend! Mach's gut! Hat er's aber heute lang geschafft, oder? Ja, das ist schon mal! Er hat 7 Minuten länger Luft bekommen heute! Letzte Woche ist er doch irgendwann schon um 18 nach oder so weggewickelt! Ja, ja! Paul wird erwachsen! Der jeden Tag für 8 Minuten wird er... Paul wird erwachsen! Kriegt jetzt mehr Freiraum in seinem Leben, weißt du! Ja, du kannst auch so, wenn er schon um 5 nach 10 weg ist, oder so! Oh! Das ist so die Zeitspanne zwischen 10 und halb! Lass mal die Eltern grad dran denken! Hallo? Hallo! Das ist aber süß, Uwe, was du da ansport ziehst! Ne, grad nicht! Ich würde einfach mal abmoderieren! Mach mal! Zusammen mit dir zusammen! Gut ihr Lieben, ich würde einfach mal sagen, das war's für heute! Juhi! Die erste Woche geschafft! Uwe, seine Schulden ausgeglichen, Gott sei Dank! In die Sinne, wünschen wir euch noch einen schönen Freitagabend, ein schönes Wochenende und wir sehen und hören uns dann am Mittwoch wieder! Bis dahin, tschüss und bye bye ihr Lieben! Tschüss! 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 Vielen Dank.